Hallo und herzlich Willkommen hier zu einem neuen Part von Let's Play SMP Live Your Dream. Ja, ähm, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, warum jetzt keine Videos kamen. Ich hab mal als Kommentar unter dem, unter das neueste Live Your Dream Video geschrieben. Ähm, oh stimmt, ich muss ja noch was anderes machen. Ähm, ja, das Ganze hab ich aus dem Grund gemacht. Eigentlich hab ich mir so gedacht, hm, ja, poste ich das mal auf Facebook, ne, aber da ist mir klar geworden, ihr liked mich alle nicht auf Facebook, deswegen hätte ich da keine Reichweite, ja. Ähm, deswegen, ja, wenn keine Videos kommen, guckt einfach in das neueste Video, solange ich noch so wenig Facebook-Likes hab, äh, beziehungsweise Twitter, dann, ähm, ja, wisst ihr was los ist? Ähm, ja, für alle, die das nicht gelesen haben, ihr könnt jetzt wieder nachschauen oder hört mir einfach kurz zu und zwar, ähm, ja, hatte ich, ähm, ich schätze mal irgendeinen ganz bösen Virus aus meinem PC und deswegen hat einfach nichts mehr funktioniert und, ja, ich muss mein PC komplett nur aufsetzen. Und, naja, ich hab eben schlecht angewohlt, mir bei sowas immer unglaublich viel Zeit zu lassen. Ich glaub, ich hab, oh Gott, äh, wie war das denn ungefähr? Ich hab echt jetzt, äh, über eine Woche gebraucht, um was neu zu machen und dann noch mal plus die Zeit, die bekommen wir zu installieren und, 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 wenn ich wisst ja ungefähr, wann das letzte Video gekommen ist. Und, ihr merkt ja, das war jetzt schon eine ganze Zeit. So, ähm, ja, aber ab Montag geht's ja wieder los, ähm, für die ist es noch nicht gesehen, aber ich hab den Upload-Plan etwas geändert. Und zwar kommen jetzt immer Montag bis Donnerstag SMP und dann Freitag bis Sonntag Live Your Dream. Äh, ne, bin ich behindert? Nein, äh, Minecraft natürlich. Nein, von, äh, Freitag bis Sonntag kommt dann Minecraft. So, Gott, Live Your Dream. Hä? Ja, okay, ähm, ja, das heißt, dieses Video wird erst am Montag kommen, weil gerade Freitag ist. Ähm, ja, aber so lange habt ihr ja dann Minecraft vorausgesetzt. Ich denke jetzt auch dran, gleich ein paar neue Parts hochzuladen. Ähm, ja, ich hab mir auch so überlegt, hm, ja, jetzt, wo es wieder losgeht, dachte ich mir, hm, ne, ich mach jetzt doch nicht so. Jetzt, wo es wieder losgeht, jetzt, wo ich endlich mal wieder Videos mach, ja. Jetzt, wo es wieder losgeht, dann wird sich einerseits wieder monatlich meine Videos gemacht. Ne, äh, überlege mir ein bisschen was, worüber ich sprechen kann und, naja, ähm, ich würde mal sagen, es bahnt sich gerade ein wirklich schönes Thema an, darüber zu sprechen, und zwar, äh, die 100-Abonnenten-Grenze, ja. Ähm, was ich jetzt erst mal so sagen muss, ja, das ist echt Hammermäßigkeit von euch. Äh, dass ich das, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, ja. Ähm, das, das ist wahrscheinlich der Standardsatz von allen YouTubern, ja, aber ich hätte echt nicht erwartet, irgendwann mal, äh, 100 Abonnenten zu erreichen. Ich meine, was, was heißt nicht erwartet, also, natürlich immer so ein bisschen, ja, ein Problem hier, einfach mal schnell, 100 Abonnenten oder so, eben, äh, Minecraft, genau, Slash-Mein-Grenze. Ähm, 100 Abonnenten oder so, aber ich habe nie wirklich ernsthaft daran gedacht, dass irgendwann mal, beziehungsweise in so kurzer Zeit zu erreichen, und gesagt, ja, irgendwann, wenn ich aktiv Videos mache, äh, dann wird, werde ich die, äh, zwanghaft, zwanghaft sich falsch an, unweigerlich irgendwann erreichen, aber, ähm, ich dachte, das dauert mindestens noch ein Jahr, eben, weil es jetzt immer so schleppen ging, bis jetzt vor ungefähr ein bis zwei Monaten, ja. Da gab es ja jedenfalls von meiner Sicht aus so einen richtigen Abonnenten-Boom, ja. Ja, ähm, das ging ja bei mir, das geht ja normalerweise bei mir extrem langsam mit den Abonnenten, ne, wenn man sich überlegt, ich habe, ähm, die 70 Abonnenten in, ähm, zwei Jahren bekommen, jetzt in den letzten zwei Monaten, äh, knapp 30, ja, und das ist, ja, ein, für mich ein Riesensprung. Ähm, ja, wo, wo ich gerade war, worüber wir denn jetzt reden könnten hier, ähm, eben sind wir von 100 Abonnenten, und zwar, oh Gott, das ging an, was ist ein Vollidiot? Ähm, ja, und zwar, was wollt ihr denn als 100 Abonnenten? Alter, ganz ehrlich, ne, weil ich warten muss, die verarschen mich, oder? Oh Gott, scheiße, aber. Naja, äh, nein, natürlich nicht, sonst will ich hier nicht spielen. Ähm, Ähm, genau, was wollt ihr denn als 100 Abonnenten Special? Ich habe, ich weiß nämlich nicht, was ich, ja, machen könnte. Ähm, ja, was ich mir überlegt habe, wäre halt ein Livestream. Das Einzige, was mir jetzt spontan eingefallen ist, ja, dabei gibt es eben nur ein ganz großes Problem. Ähm, naja, trotz 100 Abonnenten, was meiner Meinung nach eine Riesenzahl ist, ja, Ähm, ist das ja lang noch nicht meine Zuschaueranzahl, ja, und wenn man jetzt davon, äh, ausgeht, wie viele Zuschauer allgemein meine Videos gucken und dann, äh, vergleicht, ähm, wie viel dann auch noch in einem Livestream gucken würden, ja, ich denke mal, es wäre einfach zu wenig, ne? Äh, hier, verprüfung, verprüfung, äh, achso, so, ach, das ist so scheiße. Ich meine, es wären halt einfach zu wenig. Ich möchte jetzt echt kein Livestream machen für nur ein oder zwei Leute, ja? Ähm, äh, ich, da können wir uns voll falsch so interpretieren, so, ja, voll abgehoben, für zwei Leute würdest du das machen? Ne, äh, ich, ich würde das doch so machen, ja, aber es, äh, ich, ich, ne, äh, es ist halt die Sache, dass ich dann, ähm, selber irgendwie, ne, das ist, dass ich da halt, ach, wie kann ich das richtig ausdrücken, ähm, damit ich da halt irgendwie keinen Mock drauf habe, ja, das einfach nur so zu machen und dann, ihr guckt mir vielleicht zwei Leute dazu, einer davon will nicht selber, weil ich das Livestream-Fenster geöffnet habe, damit ich gucken kann, damit alles klasse läuft, ne? Und, äh, was viele unterschätzen, da braucht man immer unglaublich viel Vorbereitung für den Livestream, äh, man muss sich gute Sachen anfangen lassen, ja, und da muss man es auch schaffen, ja, damit es zu der Zeit auch in der Umgebung leise ist, ja, und ich glaube, das ist bei mir ein Riesenproblem, also, das ist immer alles nicht so ohne, deswegen, äh, oh, scheiße, deswegen, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie viele denn zuschauen wollen würden, oh Gott, wie fickt das richtig geil, und, ähm, ja, und für die, die sagen, nee, Livestream ist nicht so das Wahre, mach lieber XWZ, dort schreibt man halt XWZ in die Kommentare, also, jetzt nicht XWZ in die Kommentare schreiben, okay, einfach einen Vorschlag, was ich machen könnte, ja, ähm, da gibt es ja noch dann verschiedene Sachen, die, ja, man machen könnte, ähm, weil, naja, was anderes fällt mir jetzt zur Zeit wirklich nicht ein, ähm, also, echt nicht, ich hab echt, keine Ahnung, ich hab natürlich auch so ein bisschen darüber nachgedacht, jetzt hat, so, aber, ne, ich hab einfach keine Idee, äh, Licht, ne, nicht Licht, Licht und Motor, so, jetzt haben wir das aber, äh, also, wie gesagt, ich hab einfach keine Idee, was ich machen könnte, ähm, ja, wirklich nicht, also, das, nee, einfach, nein, ist nicht, ähm, ja, außer, außer dem Livestream bei, ich weiß nicht, was ich sonst als Special machen könnte, ja, ähm, Special zu dem irgendwie, was, was Besonderes, ja, und, naja, äh, was kann ich denn sonst so Besonderes auf meinem Kanal machen, ja, ich mein, eigentlich ja nichts, ne, oh Gott, wenn ich das gleich wieder verkackle, das bleibt gar drin, oh, schlug, so, ähm, hab ich nicht gesagt, ähm, also, wie gesagt, das Special soll was Besonderes werden, ja, ähm, jetzt wird man zwar sagen, ja, ich hab ja schon mal einen Livestream gemacht, zu meinem, oh Gott, ein Jahres Special, das war letztes Jahr, und da hab ich, das war auch so ein, ein Video Special, ähm, naja, und, und daher habe ich auch die schlechte Erfahrung mit Leistung, ja, weil der ist unglaublich nach hinten losgegangen, es lief gar nicht so schlecht, bis dann irgendwas falsch gelaufen ist, ich weiß nicht mal bei was, ja, ich weiß nur, es hat nicht funktioniert, und am Ende stand ich da mit null Zuschauern, und, naja, ich sehe dich ein, in Leistung mit null Zuschauern zu machen, da kann ich auch ein ganz normales Video machen, ne, ich meine, natürlich, wenn jetzt, wir hier an Fall kommen würden, ja, ich kann dann leider nicht oder so, und, dann trotzdem irgendwie, fünf, sechs Leute, das würde mich schreiten, fünf Leute machen, dann eben sagen, ja klar, geil und so, und die, die eben nicht sagen, die nicht sagen, die kommen nicht kommen, ja, ich meine, ich sage das Video sowieso im Nachhinein hoch, ne, in den Leistung im Nachhinein hoch, aber, wenn ich so ein Leistung mache, dann muss halt auch was dahinter sein, und nicht einfach, ja, ich mache einen Leistung, weil ich jetzt könnte mal das Video machen, ne, im Grunde, wenn niemand zuschaut, kommt es ja auch das gleiche raus, ne, okay, man, man könnte jetzt theoretisch mitgucken, und wahrscheinlich jetzt auch die Performance spielen schlechter, aber im Grunde, ist das ja das gleiche, ne, also, ähm, ja, da, halt, wie gesagt, nicht so viel davon, das mit so wenig Leuten zu machen, was natürlich nicht heißt, damit ich, ähm, jetzt total abgehoben bin, ne, das soll es auf gar keinen Fall heißen, ähm, ja, für alle, sie fragen, wann das denn dann ungefähr sein sollte, ähm, das weiß ich nicht, weil, äh, das ist auch eine komische Branche, ähm, das weiß ich nicht, weil, ich weiß, wie schnell das jetzt mit den restlichen Abonnenten geben wird, ich glaube, ich brauche es noch vier Abonnenten, wenn ich richtig bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ähm, ich meine, das könnte sich jetzt innerhalb von einer Woche klären, ja, das könnte jetzt aber auch noch sich über den Monat hinziehen, ja, ähm, ich denke, wenn ich jetzt wieder regelmäßig SMP-Videos mache, dann wird das relativ schnell gehen, aber sonst, hm, ich bin mir da etwas unsicher, ähm, ja, wie das gehen wird, ne, also jetzt auf jeden Fall wieder, ähm, regelmäßig SMP, das ist ja sowieso meine größte Abonnentenquelle, ähm, ja, wo ich jetzt auch wieder was dazu was sagen könnte, aber werde ich nicht, von wegen, oh nein, du weißt ja, ich kann da keinen Bock drauf, ja, aber, ich denke, das merkt ihr, wenn ihr seht, ich mach dir, das passt ja einfach in Minecraft, das ist auf jeden Fall die beste Verbindung, so die zwei besten Communities der Welt vereinst, naja, schneller, ist gut, du, 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 ich hab keine Ahnung, so, noch schnell parken, und dann ist der Part schon wieder vorbei, ja, ähm, hoffe ich, dass der Part gefallen, wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung zu dem einen oder anderen Special in die Kommentare, ähm, ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, bis denn, und, tschö. 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 Vielen Dank.